Meine erste Erinnerung ans Cello ist wahrscheinlich schon ganz unterbewusst, als ich wahrscheinlich noch im Bauch vor meiner Mama war. Mein Vater ist Cellist und meine Mama ist auch Musikerin, deswegen habe ich Musik immer schon um mich herum gehört und das Cello sowieso auch. Cello war von Anfang an immer ein Teil von meiner Leben. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Lehrer, der mich am meisten geprägt hat, war wahrscheinlich Heinrich Schiff. Das war für mich schon als Kind ein Riesenvorbild, ich habe es in den ganzen CDs rauf und runter gehört und es war auch immer wahnsinnig spannend und aufregend für mich, als ich den als Kind schon ab und zu getroffen habe und für ihn vorgespielt habe, auf Meisterkursen kennengelernt habe. Dann war er ab und zu bei uns zu Hause, als ich dann festgestellt habe, dass ich bei ihm auch Unterricht haben darf, das war für mich ein unglaublich, unglaublich toller Tag und ich war einfach sehr, sehr glücklich, dass ich dann zwei Jahre bei ihm noch studieren durfte. Und ja, ich habe sehr viel mitgenommen, das war ein unfassbar toller Cellist und Musiker. Was ich faszinierend bei ihr finde, ist, dass sie, dass sozusagen das Natürliche und das Freude absolut im Vordergrund ist und das scheint etwas wirklich ganz ihres zu sein und dann natürlich in Kombination mit unglaublicher Präzision und fantastischer Technik und Musikalität. Und wenn diese Sachen zusammenkommen, das ist genau die Voraussetzung, was man braucht, um ganz weit zu gehen und sie hat das, finde ich, ganz klar. Ja, mein Instrument, das ist ein Francesco Ruggeri Cello aus dem Jahr 1684 und ich hatte wahnsinniges Glück, weil mir das ein Privatsponsor aus Österreich zur Verfügung stellt. Und es ist sehr, sehr spannend. Es lag jahrelang im Gips sozusagen und wurde wiederhergestellt, weil es ganz zerstört war. Man würde nie denken, dass das mal komplett kaputt war und die Klangfarben sind unglaublich besonders. Also es strahlt, es sinkt, es hat viel Wärme und viel Charakter und ich liebe es, einfach diese ganzen Obertöne auch aus dem Instrument rauszuholen. Und ja, ich kann mich sehr glücklich schätzen, dass ich dieses Cello spielen darf. Und ja, ich kann mich sehr glücklich schätzen, dass ich dieses Cello spielen darf. Ich bin der Orpheum Stiftung einfach unfassbar dankbar, dass sie uns jungen Musikern so eine tolle Chance ermöglicht. Für uns das größte Geschenk überhaupt, mit so einem tollen Orchester zu spielen. Die Zeit haben, auch irgendwie in Ruhe zu proben. Ich habe mich jetzt schon monatelang auf dieses Konzert gefreut und ich kann es kaum erwarten, heute Abend dann mit diesem tollen Orchester und Christina Posker dann auf der Bühne zu stehen. Jungen Solistenförderung ist, finde ich, das Allerwichtigste und das Basis überhaupt für eine gute Karriere. Und wenn wir vergleichen jetzt zum Beispiel wie die Stiftung Orpheum mit Wettbewerben, natürlich der Vorteil ist, dass man nicht unter diesem Wettbewerb Druck ausgesetzt ist und wo man oft auch sehr kurze Zeit hat und verschiedene Menschen öffnen sich unterschiedlich und die brauchen unterschiedliche Zeit und so weiter. Und natürlich so ein Rahmen von einem Konzert, wo man die Proben hat, die Vorbereitung und dann genug Zeit auch mit dem Orchester, das ist eigentlich das Ideale. Ich finde jetzt die jüngere Generation oft mehr sozusagen diese Selbstverständlichkeit haben für das ist meine Version und auch der Mut und dass es selbstverständlich ist, dass ich das mache, was ich empfinde und wie ich das möchte. Aber wenn ich das sehe, ich freue mich, weil es einfach sehr gesund und lebensfreudig ist und klar und irgendwie richtig ist und ich versuche wirklich zu sehen, wer die sind, was die möchten und das zu unterstützen, ich finde in diesem solchen Rahmen, das ist auch meine Rolle. Applaus 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 Applaus